Der Pool! Der ist gerade hinter uns. Der ist voll cool! Und da vorne seht ihr den berühmtesten Berg von Mauritius. Das ist der Le Mans. Und das hier ist unsere Garden Suite. Die ist wirklich sehr schön, weil tatsächlich direkt im Garten. Cool unsere Garden Suite. Ja, unsere Zimmer sehen schon komplett ramponiert aus. Aber das coole ist, dass wir hier zwei Zimmer haben, die aneinander gehen. Hier sind so die Toiletten da. Und dann gibt es hier eine kleine Küche. Und hier ist das zweite Zimmer. Da schläft Oma. Und hier ist so eine kleine Fernsehecke. Was kann man da gut machen? Ja, das ist so eine genzahlung zu bewegen. nem